Hallo und herzlich willkommen. Wir zeigen euch heute die perfekte Selbstverteidigung. Passt auf. Geld her. Bitte nimm's. Nichts ist wertvoller und mit keinem Geld der Welt zu bezahlen wie eure Gesundheit. Setzt euch keine Gefahr aus wegen ein paar Euros. Gib dem Taylor das Geld, geh zwei, drei Schritte zurück, heb die Hände hoch und lass ihn mit dem Geld davonlaufen. Viel Spaß.